Glück auf Schalker und herzlich willkommen hier auf Körnerwurst und Dosenbier zu der NZO4 News und heute auch zum zweiten Mal eine fixe Meldung mit dabei und zwar der Spielplan ist endlich da. Wir wissen gegen wen es geht, wann es gegen wen geht und wo es gegen wen geht und Fakt ist, wir bestreiten den Zweitliga-Auftakt gegen den HSV und das ist generell auch das Eröffnungsspiel zur neuen Saison. Das klingt doch mal richtig geil. Ich freue mich mega darauf, der Spielplan generell gibt schon einiges an Highlight-Spielen logischerweise, weil wir ja auch alle unsere Gegner auch schon kennen. Beispiel Bremen, Holstein-Kiel, Nürnberg, St. Pauli, Dynamo Dresden etc. Und nun ist auch klar, am 23. Juli geht die ganze Geschichte in der zweiten Liga los, auch für uns. Denn wir machen das Eröffnungsspiel gegen den HSV und das sogar zu Hause. Natürlich ist es schwierig zu sagen, wie viele Fans da sind, ob Fans da sind, aber trotzdem einfach geil. Das war sicherlich auch zu erwarten, dass der Auftakt so ungefähr lauten wird. Schalke-Hamburg, Schalke-Bremen, solche Duelle waren sicherlich zu erwarten und genau das ist jetzt geworden. Aus unserer Sicht freue ich mich mega darauf. Was man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen kann, ist unser letzter Spieltag und das ist beim 1. FC Nürnberg. Also unsere Freunde treffen wir erst immer jeweils zum Schluss, jeweils am 17. und am 34. Spieltag. Auch das klingt schon mal ganz gut. Und dann nochmal die Rahmenbedingungen. Winterpause ist Ende Dezember nach dem Rückrundenspiel gegen den HSV. Die Liga ist ja ein bisschen anders. Da ist es nicht direkt nach der Hinrunde Winterpause. Nein, nach dem Rückrundenspiel gegen den HSV ist Winterpause. Und dann geht es eben wieder los auf Schalke gegen Holstein Kiel. Das ist sozusagen der 19. Spieltag. Und das auch zum ersten Mal dann im Jahr 2022. Das ist am Wochenende von 14. bis zum 16. Januar. Somit klingt das schon mal ganz geil. Ich bin nochmal mehr gehypt. Jetzt wird der Spielplan da ist. Es geht somit in fast genau vier Wochen los gegen Hamburg in der Finster Arena. Das wird was. Ich freue mich sehr darauf. Eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. In dem Sinne, macht es gut. Ciao und Glück auf an alle Schalker. Bis zum nächsten Mal.